hallo und herzlich willkommen zu einer kleineren ttt mit den der höheren verdächtigen reaper man war coke navo snell hello und natürlich mir ich bin schwer bewaffnet ich hab ne diegel gefunden macht die scheiß tür auf watt und ich bin der täter und meine anstrengung ist der täte meine abzahnung wird sein die zum bau zu schenken wie geht's dir das ist ganz gut also den täter den täter warum Hörst du den Purschen zu Pohnen? Hörst du den Purschen zu Pohnen? Hörst du den Pohnen? Äh, lebe den. Ah, von oben! Na, na, und Nabo! Was? Doch! Wo, wie, wer, was, wo oben? Und? Nee, hast du das jetzt überlebt? Ja. Wo ist, wer, wie, was oben? Doch, gemacht's, nee! Hast du das gesehen? Ja, ich bin hier, ich war auf der anderen Seite. Ich war auf der anderen Seite. Das kann ich bestätigen, aber... Na, wir verlassen noch! Eine Menge! Huh, da knallt! Let it snow! Let it snow! Ich bin mir aber nicht sicher! Wo wurden Leute ermordet? Da sitzt sogar so einer! Taube! Nein! Cyper ist tot! Cyper ist tot! Ich hab da partout was gegeben! Du kriegst mich nie wieder! Du kriegst mich nie! Du kriegst mich nie! Guck! Warum, du? Ich dachte, ich wollte dir ne Pepsi schenken! Ich geh nicht! Bleib weg mit der Pepsi! Boah! 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 Mensch, da ne originale Pipsi! Aus... Daisy! Ich geh dann mal! Ich hab nur noch 2 Live! Lieber, wenn du Deno bist! Töte Co! Es wird etwas schwierig mit 2 Live! Tu was, was du denn sagst! Ja! Es wird schwierig mit 2 Live! Ah! Die Leiter zerstört mich! Hau doch mal ne Position raus! Irgendwelche Koordinaten oder so! Ähm... West-östliche Richtung, 90 Grad! Und... GPS-Daten... 9... 5... 4... 3... 2... 1... Okay! Gute wird grad neu berechnet! I can come back! Cole kriegst mich niemals! Bitte mal stehen bleiben! Ah! Ah! Wo bin ich denn hier gelandet? Ich bin nicht so gut im Snipe, also bleib... Cole ist oben auf dem Snipe! Boah! Niemals! Du kriegst mich nicht! Nein! Bist du tot? Cole, ein Zeiger! Hat Coke das überlebt? Ist er tot? Fache, er ist tot! Bitte sagen, es ist nirgendwo! Zumindest schießt er nicht mehr auf mich! Na, okay! Ah! Alter! Boah! Scheiße! Reaper, hab ich dich doch erwischt? Nice! Ich schlipp noch! Ach verdammt! Bist du auf dein eigenes... Ist denn gestorben, Nana? Tauber! Snape, beim nächsten Mal wenn ich auf dich snipe, bitte bleib stehen! Ach Gott! Was? Nein! Puh! Nice gemacht, Reaper! Du könnt doch nicht abkommen! Gut abgeräumt doch! Na gut, sie hat ein bisschen schlecht gedrucken, aber ich... Na wo, ich hab gut an dir vorbeigesnipet mit der Melone! Hm... War wirklich gut, äh, gut daneben. Aber ich glaub, Na wo war keines Tee, oder? Doch, das war... Doch, sie war Tee. War sie ja auch Tee? Puh, Glück gehabt! Ich hab ja gesagt, sie hat, äh, Nana nicht angegriffen. Ja, aber das war halt so... Ja, ne... Es ist ne Krautzone, sagen wir's so. Wenn du sagst, ist das was dann, ne? Das ist halt so ne Sache. Dead Ringer! Hm, hab ich auch gehört. Reaper! Muss beim Eingang irgendwo... Oh, oh! Ich bin wieder auf meinem Eingang! Die Farmas ist eh leer. Wahrscheinlich. Ich bin wieder auf meinem Turm und bin diesmal kein Traitor! Nein! Scheiße! Gott sei Dank! Nana, und es geht direkt ab! 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 Ich fliege! Sunshine, mein Juni Sunshine! Ach, hat doch so ein paar getrunken! Snapp! Ach, scheiße, du hast die Ecke gefahren. Was? Snail ist es? Snail ist es. Snail ist K.O.S. und Jung. Warum? Wieso? Du hast eine Frau auf den Gebissen! Hey, da vorne liegt einer sehr weit entfernten... Nein, da weiß ich nicht! Sch... Ich sterb! Und eine Tee-Tee-Falltuch! Er hat eine AUG! Der Tee-Tee-Tee-Tee-Tee-Tee-Tee so viel dazu wer ist denn gerade chips wann war es nicht oder zusammentun nein warum nicht ich traue dir nicht von nicht auf so einer karte doch immer da kam mit dem kleinen thema kommt ich habe nichts gemacht ich wollte ich wollte hier rauslaufen ich bin ich bin das aber geil ich bin da vorum ist sie sagt ja den hat man aber gut gehört der war laut der hat sich ja so richtig durch den ich habe keine waffe einfach benutzen ist halt echt einfach das kannst du nicht machen das ist der reichen schon zwei kugeln im body hier liegt eine leiche wow ich habe eine double barrel hast du gut gemacht ich mach gleich ein bisschen suspekt vor warum das denn nicht auf meinem turm sitze da oben oder was ja genau wenn ich dann weniger suspekte dann gehe ich halt wieder auf mein turm erst 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 durch geht nicht gestorben reaper schade hallo flori warum das läuft davor und der leider nicht das ist so schlimm wenn man keine credits drin ich habe das ist die ganze zeit im kreis das doch auch was hübsches verhaltet da kommt doch keine musik mehr nur hätte ich die friendship kaufen können was mich doch dort blöder dati das bin kein dati du klappspaten höh was du hast bei mir ein dati skin ja wow kaufe pfuh jo gut ja ich habe eine seite ins awp gefunden aber die ist leer die wandel bei der tür reingehen naja ich ja versucht ja ich stehe mit der sg stehe aus dem jenseits sagen kann man nur rüberfliegen wenn aragorn bei einem allem ist läuft auf einem auf dem turm hat irgendwann manhacks gemacht naja wunderbar ja wie geil ist justin ja auch mich gut der snipe schon wieder ja wenn ich hinter mir das nicht was im fenster snipen ja super ich habe keine chance jetzt habe ich so eine blöde hk loy ja oh fuck oh das ist jetzt ganz schlechtes gebiet ja ja mit 6 hp ist es auch nicht schwer ja ja auch gegen die taube aber das mit der treppe äh mit der leiter voll geil flori was mit der leiter stellt sich einfach oben an die hoberste spitze von der leiter dann wirst du hochgetragen alles das ist voll cool kurr du bist ein hübschlechtalip kurr kurr war jetzt nimm diese scheiß waffe auf na woka was heißt das versetzt türen das heißt übersetzt fütter mich die so viel rumfluchen floide floide ich vielleicht ja du weil die kommt jetzt falsch übersetzung die waffe steckt da in den boden fest flof bist du hier irgendwo da jetzt habe ich eine waffe oh gummibärchen so also wenn die trailer da grad da sind ich sitz wieder hier oben auf mich und da drüber die sie sind wenn du sie brauchst oh was sind die gummibär als info für die traiter ich sitz wieder oben auf meinem turm ihr seid zu behindert ey hallo entertainment grenzt die biel wenn schon denn schon genau da wählt mein bester gamer musik tut mir leid dass ich euch so bezeichnen aber ohne spaß wir singt sowas ey das ist voll die geile serie deswegen sag ich auch ihr seid behindert das das ist voll cool ich ich habe die musik irgendwie gehasst die war irgendwie total nervig jo da ist eher ein schulter wo es würde vermuten der dete ist tot weil hier ein gut rum fliegt der dete ist tot der dete ist tot der dete ist tot lange leber der dete oh ja der dete ist tatsächlich tot Ich glaube, der Dieter ist in diesen Belagerungsdingern gestorben. Wenn der Dieter zu hoch ist, da rein zu gehen. Da hat jemand einen Klang geflogen. Ne, an diesen Leitern. Was? Habt ihr gehört, Nama ist es? Na okay. Okay, Nala. Boah! Das sah gerade sehr amüsant aus, ich habe genau unter dich geschossen und du dreist dich einfach in die Seite. Ja, also die Traitor dürfen mich gerne fliegen lassen, wenn sie wollen. Du dumm. Du dumm. Du dumm. Du dumm. Du dumm. Wow. Ah, daneben. Wo? Ach, auf den Turm. Wo? 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 Wann ist der Ort nicht mehr gefährlich? Warte einfach ein paar Sekunden ab, lieber. Geh mal davon aus dann, wenn der Strahl weg ist. So, da unten sind wir sicher. Weil, warum bist du so verdästigt gerade hier am Ruhm am Stehen? Hast du den Orbit benutzt? Den Rohr. Ich habe es auch noch gesehen. Ich habe es auch noch gesehen. Ich habe es so weit und dann entlang geflogen. Das sah gerade so geil aus, ey. I believe it. Snell, schnell, 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 recht auf. Dieser Scheißleitern. Schnell, 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 zur Leitern. Ich nehm die Pumpe. Man hört den Kognen oder Fliegen. I believe I can fly. So geil. I believe I can touch the sky. Oh nein, das ist die Waffe. Aber es passte einfach 100%. Ich stand unten auf halber Höhe im Turm, aktivierst und auf einmal so, Moment, was? Hoffentlich bekommen wir keine Probleme mit der Gamer. Ach, es läuft einigstens. Nee, das ist zu kurz dafür. Das heißt nix. Die Gamer, die ist unberechenbar. Die greifen nach jedem Strohhalm. Na wo? Ich hatte ziemlich Panik gehabt eben. Ähm, hat Coke gesoffen? Ach, ich bin nicht gefährlich. Äh, nö. Hat er nur Pepsi getrunken? Nein, ich hab hier ein Glas Cola, aber nicht mal mir stehen. Unfassbar. Das wär ja gut, lass für mich, wenn du Pepsi trinken würdest. Ähm, was meinst du, was ich derzeit lang gemacht habe? Snape. Wisst ihr, was ich, äh, was meinst du, was ich eine Zeit lang gemacht habe? Du hast, äh, grünen Tee getrunken? Nein. Das trinkt, Raina. Wow. Ja, das bin jetzt rum. I believe I can't drink. Ja, Raina. Raina ist sowas von Traitor. Gehen Sie weiter, gehen Sie. Nein, 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 nein. Gehen Sie weiter, bist du in den Robbe-Taufens drin oder was? Nein. Ciao, auf Wiedersehen. Ich hab gerade jemanden weggegangen gesehen. Ja, ich bin neu, ich darf gerade. Was ist denn da der Pink? Äh, what the fuck, ich hab überlebt. Okay, ich sag mal so aus. Da unten ist ne Leiche, confirm die mal. Die hier? Nein. Ja, die da. Ja, warte. Das ist Cyberbot. Geht ihr mich hier hinten? Ich bin ganz hinten im Berg. Und ich glaube Reaper ist es. Nö. Gerade. Komm schon, du schaffst es. Ich weiß nicht, ob ich hier wieder wegkomme. Fuck. Da oben ist ein Reaper-Line, da unten ist ein... Hier ist Blut. Sniper-Line? Da unten ist ihr Färblut. Irgendjemand hat den Dete da oben aus dem Turm rausgemacht. Ist kein Verlust. Also bist du scheitern. Nettigkeit, level over 9000, ne? Pack die Zauber aus. Hab ich da gerade nicht diesmal. Das war's aber du gerade. Du hast die Leute doch da oben gebracht, oder ne? Ja, aber nicht mit der Taube. Ja, also. Ich hab diesmal meine Sniper-Kenntnisse ausgepackt und äh... Ich wollte gerade ein Deadline. Mann, warum machst du das überdrehen? Warum gibst du mir die ganze Zeit Credits? Ich hab sie ihm Credits. Oh. Nana, du! Ja, ich wüsste nicht mehr, was ich mir kaufen sollte. Ich, da, Nanda meinte ich nicht Nana, sorry. Ja, das war nett, ne? Ja, ich hatte... Da, wo du hast den Flug überlebt. Ja, ich hab den Flug überlebt. Gerade soeben irgendwie. Schnell, ne, bescheidene Frage. Wie kamst du eben bitte da nach oben? Ähm... Na, wo kann ich? Ich hatte die Bombe verliebt gehabt. Dieser Ding da hinten ist. Wurde die Mauer explodieren lassen. Und dann sind wir in die Luft geflogen. Und dann sind wir in die Luft geflogen. Und dann musst du dich wann war wieder beheben? Nein, nein, ich hatte Flopper. Ich hatte Flopper. Ach, also du hattest ein Flopper. Ich dachte, du wärst tot. Hallo, Ripper. Es ist direkt am Anfang irgendwas passiert. Ich habe... Und da, wo kann ich mitgeflogen? Ja, ich bin mitgeflogen und habe mit von der Tee. So, die Bombe machen? Nee, den machst du. Mach du's. Nee, den hast du die Ehre. Ripper lässt mich fliegen. Ist ja gut, dass er es noch sagen konnte. Gut, dass der drüber aufschlug. Du schlägst da aber auch echt immer am letzten Ende auf, ne? Oh, ich hab mir verkauft. Sag, warte, ich probiere erst was aus. Vielleicht kann man das überleben, ohne dass man stirbt. Also, ich kann mit ganz klarer Sicherheit sagen, hier ist jemand gestorben. Nächste? Floric Schilder auf der Brau. Weepa hat ne Banane. Weepa ist im Tempel, wie auch immer das Ding heißt. Ich glaube, ich hab Weepa ja schon gemacht. Ja, ich wollte nur die Position durchgeben. Das ist, glaube ich, der beste Ausspruch, den wir heute hatten. Ja, ich bin, äh, confirmed. Hä, was denn? Nicht auf mich schießen. Ich schieß doch gar nicht auf dich. Leute, das wisst ihr, ne? Floric, du bist bedroht von deiner Anwesenheit. Hä? Nein. Ach so. Doch, Floric, du schießt auf der Brau und nee, wurde von der Richtung erschossen. Ja. Und ich hab einen Newton Launcher. Ja. Hä? Hm, Floric. Hä? Ich hab dich vorhin schon auf der Wall besiegt. Du läufst jetzt grad auf der Wall rum. Wow, 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 wow. Ich lauf gar nicht auf der Wall rum. Du bist grad runtergelaufen. Floric, ich seh dich. Macht das Schaden, wenn man mit dem Newton Launcher auf jemand schießt? Nein, das siehst du nicht. Ja, das macht Schaden. Leute, Floric ist auf dir, der hat grad Sniper gekillt. Nein, bin ich gar nicht. Soll ich jetzt nachgucken, ob das ein Autosniper war? Ja. Du kannst du gucken von mir aus. Äh, hab ich mir das eingebildet oder kam da grad ne Melone zu uns rein? Also ich seh hier gerade Melonschalen. Wir können gucken, aber ich glaube nicht. Ich seh hier draußen Melone. Fünfzehn. Vierzehn. Treizehn. Ich bin confirm, ich hab Fluri gekillt, aber ich sterbe und fade. Zehn. Wenn das ein echter Fade ist. Ja, ich denk's mir auch. Aber ja. Ich wusste nicht, dass du reinkommst. Und ich werde sicher nicht sterben, also... What the fuck? Ich hab das überlebt? What the fuck? Also ich war's nicht. Hallo? Scheiße. Ich hab das überlebt. What the fuck? Scheiße. Diese Waffe ist echt kacke. Ich hab ne Melone überlebt, Leute. Warte, 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 warte. 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 Äh, Snail, das Problem ist, selber hat mich gesehen, aber ich hab nicht gesehen, wo er war, weil ich hatte... Ich war hinten. Es war ein Radar, aber irgendwie hab ich nicht gesehen. Ich war hinten. Keine schlechte Idee mit dem Newton Launcher. Ich selber alle da oben auf dem Ding drauf. Ich weiß auch nicht. Also irgendwie... Ich hab nicht erkannt, ich bin genau hingelaufen und bin wieder runtergelaufen gerade. Das ist ne... Krankheit. Und dann bin ich so umfällig gestorben. Sniperitis nennt man das. Aber irgendwie stehen die da alle da oben in der Ecke rum. So komplett außerhalb, wo kein Schwein hinguckt. Finde ich nicht so richtig, irgendwie. Ja, mach ich die Tür. Ja, ich bin auch so... Na, na, tschüss, tschüss. Ich hab andere Wege, um reinzukommen. Warte, was? Es geht so falsch. Ein Film wär Böses dabei, Tink. Ja. Und danach ist es braun. Ist schon richtig. Boah, sag mal. Ichkelhaft. Wieso? Bist du in Wahrheit Hitler? Wut? Ja, du sagst es am Ende braun. Kaukes Tee! Kaukes Tee! Kaukes Tee! Ich hab grad eh mal einen Schluck getrunken, Junge. Ja, 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 ja. Kaukes Sowas von Tee! Wo ist er? Der war oben tot. Der ist grad am Schocken gewesen da oben. Aber sowas von. Ich hab grad ernsthaft einen Schluck getrunken, Junge! Warum hast du ihn dafür jetzt abgeschossen? Frag ich mich jetzt auf. Äh... Der hat einen Dead Ringer. Nee, er hat einen Dead Ringer. Aber ich kann nicht. Du hast einen Dead Ringer. Oh, ihr Klaas, ihr Rumpels. Hä, sah ich den Rumpels? Nee, ist auch Kaukes. Was? Besuch ich? Wo denn? Draußen? Der ist unten da bei der Mauer da unten. Aber nicht auf der Mauer, sondern nach unten. Der ist grad durch die Mauer durchgebrochen. Okay. Oh, hallo, Navo. Aber ich seh ihn noch hinten oder nicht. Aber ich seh ihn noch hinten oder nicht. Aber ich seh ihn noch hinten oder nicht. Ich seh ihn noch hinten. Nee, da geht's nur zum Turm, oder? Ja, da geht's nur zum Turm. Nicht voneinander liegt ne komische Leiche. Ja, 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 ja. Wo ist er denn? Nicht da, wo du. Ist das die konfirmte Leiche? So, Nana. Die, die Code-Leiche da. Die, die Code-Leiche da. Hm. Wieso muss das Cyber-Wat-Zimmer gewesen sein? Unfassbar praktisch. Och, wo ist er jetzt? Da, wo du nicht bist. Hahaha. Wenn du kämpfst, Snae, ich würd schnell laufen. Hat's denn hier nen Crabble-Hook? Das ist kein Crabble-Hook. Reaper, tun wir zusammen. Der steht ganz hinten auf dem Berg. Hallo, Snae, machst du wohl, dass du da runter kommst? Auf dem Berg? Ja. Auf dem Berg? Ja. Ist er tot? Ja. Ah, hinten ist er. Ja, ich bin tot. Ich bin inno. Cyber-Bot ist der andere. Pass auf. Wo ist er da? Das ist doch mein Kollege, Cyber-Bot in Ruhe. Der hat euch nichts getan. Wo ist er denn? Ich kann ihn nicht sehen. Wo ist er denn? Ganz hinter... Der ist auf dem ganz hinteren Berg drauf. Da, wo man normalerweise eigentlich gar nicht hin kann. Boah, ich seh ihn nicht. Und ich jetzt sagen muss, das ist echt assi. Also, da hab ich echt keinen Nerv zu. Da ist noch ne... Da ist noch ne... Dete-Leiche. Ja. Äh... Beide. Aber ich kam gar nicht mehr raus. Hier war so ne kleine Stelle, wo man nicht mehr rauskam. Ja, gar nicht erst hinfliegen. Hallo? Das ist sowas von außerhalb Map. Das geht gar nicht. Ja, du kannst verstehen. Das gehört zur Map. Das ist aber... Weil ich dich da hinten vermutet habe, Cyber. Ich war tot. Schon seid gefühlt. Äh... Ja, hab ich ja nicht gesehen. Ja, das warst du Cyber. Seit wann kannst du's leiten? Jetzt hab ich mich auch gefragt, als ich diese Karte spiele. Oh, scheiße! Lass mal die Finger von meiner Sniper! Das sind meine Sniper! Reeper, wie sieht's aus? Wie lange noch? Äh... Noch genug. Jaja, 23. Boah! Schakelacka. Die Tür geht auf! Geh durch! Da... Wann war das explodiert? Bravo! Äh... Das war nicht explodiert. Äh... Das war ein Anschlusses. Ja, warum haben sie eigentlich nur eine Cover? Weil ich noch keine Waffe habe. Ah... Wo bist du? Hier unten. Hier vorne liegen gleich welche. Wahrscheinlich. Bitte schön. Da haben wir in ihrem Zimmer nichts in der Waffe. Hä, wo? Sie haben die Waffe aufgesucht. Da! Ich hab'n Deadringer gehört. Ja! Äh... Wo ist das denn? Das war doch knapp! Da! Ähm... Hier ist echt keine Waffe. Das tut mir jetzt leid, wir sind Snail. Nein, warte mal warum? Mal sehen, da ist Flori. Da hätten wir Snail. Da hätten wir... Wann war? Äh... Ich lauf direkt daneben. Ach, du bist das wieder da oben. Ah... Da kämpft er da oben wieder. Ja, natürlich! Weil ich muss... Einmal muss ich auf diesen Turm drauf. War ich glaube ich noch gar nicht in dieser Runde. Mach die Tür auf! Also Karte. Wow! Wow! Banane! Wahrscheinlich. Oder Bombe. Es war's. Ne, es war glaube ich... Ich kenn den Weg. Keine Sorge. Alles halber Bot. Pass auf, wenn der da reinläuft. Warte, komm. Komm, komm vorbei. Komm, geh vorbei. Snail tut mir halt echt leid, der hat immer noch keinen. Nur der Krober. Da haben wir noch nicht. Vielleicht ist er im Dom vielleicht raffen. Aua. Was? Sind die Bretts immer noch? Wow, 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 wow. Wipa, was hattest du gerade in der Hand? Äh. 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 Nein, nein, nein. Du hast jetzt ein Errorzeichen. Der hat irgendetwas an deren Rücken gemacht. Äh, Snail war glaube ich gerade am Schotzen. Der stand gerade eben einfach so, äh, ohne sich zu bewegen hier. Also wenn ich ein Errorzeichen in der Hand gehabt hätte... Äh, ich fähre schon lange zum Schotten. Ich mach, ich mach Weepa auf Suspect. Hier ist ein Schneemann. Ja, Weepa ist, Weepa ist T, Weepa ist T, Weepa ist K. Okay. Ich hab ne Golden Eagle auf... Ihr müsst schießen, ich hab nur noch kaum noch... Weepa ist gerade auf dem Weg zum Turm hoch. Ich und Cyber Bot sind auf dem Weg. Leute, ich hab ne Golden Eagle, ich soll auf Snail schießen. Ist tot. Dich kenn ich gut genug, dass ich dich nicht mehr reinlaube in die Idee umbring. Anna, du hast... du hast gute Ideen. Glaube. Wieso? Nein, viele Menschen sind tot. Ich werde doch... Snail ist doch gecallt worden, oder nicht? Nein. Du hast doch gesagt, ich soll Snail suchen, oder nicht? Ja. Snail ist hier oben. Da, neben dir. Da, neben dir. Das ist ne Dragon Eagle. Vielleicht. Aber nur vielleicht. LOL. Sehr schön. Letzte Runde. LOL. Wann war das? Ich wusste doch... Also da ist äh... Er roll in der Hand. Du sollst die Skins besorgen, was wuchzt. LOL. Was soll? Was soll? Was sollst du? League of Legends? Nein. Warum? Warum gebe ich immer den Traitern die Golden Eagle? Weil du... Weil du... Weil du... Weil du keinst, Nana. Und dann sollst du demnächst dem Ding Golden Eagle. Nana, weil du einfach weil du es kannst. Du bist einfach der Dated Traitor einfach. Oh Gott, Schrottwaffe. Welcher hast du? Besser ne Schrottwaffe als gar keine. Ich glaub mir ist ne Melone oder so hinterher geflogen. Nein, hier ist weg. Irgendwie die Schüssel. So, das gibt es jetzt selbst ne Luft. Ja, beziehungsweise. Nana, nein. Nana schießt mit Melone auf mich. Ja, 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 das war ich. Okay, komm. Also wenn ich weiter mich fliegen lassen wollen, kannst du das jetzt gerne versuchen. Ich hab nen Flopper drin. Gut, dass du das erwähnt. Das beruhigt die Twitter ganz ungemein. Ja, das ist ja super. Leute, Nana ist es. Wobei, du fliehst doch durch, ähm, nicht durch Explosionen, sondern quasi durch die Wuchtwelle. Denken. Oder? Dann haben wir nen Flory. Hier unten bin noch ich. Ich. Ich bin mir gar nicht vorbei. Hier da ist, da bin ich. Da ist n Wanda? Ja. Und ich würd sagen, die da drin sind, die Trätoren. Guck! 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 frage wir sind doch auch noch am leben ich sehe die doch hallo redet doch ja bist du also das war's für diese folge und wir sehen uns bis zum nächsten mal